Deutschland steht fest an der Seite Israels. Israel hat unsere umfassende Solidarität und Israel hat unsere volle Unterstützung. Das heißt, zwei Millionen Menschen werden so eingeengt, dass sie eigentlich nur noch sterben. Die sind eigentlich am tiefsten Punkt der Geschichte. Die wurde komplett durchmischt, Leute. Das ist so heftig. Es ist so heftig, wenn man das mal betrachtet, was hier gerade auf der Welt passiert. Das ist vom Kriegsverbrechen die Rede. Das ist ja inzwischen zweifelsfrei bestätigt. Was wir heutzutage erleben. Dieser Hunger, dieser Krieg, dann werden sie nach diesem Mann rufen. Dann werden sie schreien, dass diese Ungerechtigkeit beseitigt. Nämlich jeder, der Ungerechtigkeit auf der Welt bekämpft hat. Egal ob Muslim, Christ, Jude und so weiter Art ist. Wer Ungerechtigkeit bekämpft hat, der Imam steht auf, der Imam erscheint und zeigt der Menschheit, dass er gegen Ungerechtigkeit ist. Jeder, der diesen Kampf geführt hat, wird sofort die Wahrheit in ihm sehen. Er wird von ihm angezogen werden. Und er wird von ihm auch gehalten, er wird von ihm sein. Über die virtuellen, er wird von ihm sein. Er wird von ihm angezogen werden. Untertitelung des ZDF, 2020